Ihr Lieben, herzlich willkommen zum Wort des Tages. In der letzten Woche haben wir hier im Wald eine Fotorallye gemacht. Die Kinder haben sich vorher 25 Dinge überlegt, die wir dann fotografieren sollten. Wir haben uns unseren Fotoapparat geschnappt, sind dann in den Wald und haben fotografiert. Vielleicht etwas Rundes, ein Schatten, etwas Eckiges, ein Tier, all die Dinge, die auf der Liste standen. Und wir hatten einen wirklich schönen Nachmittag, es hat viel Spaß gemacht. Auch für mich war es spannend, durch den Wald zu gehen und mal wieder auf Einzelheiten zu achten. Genau hinzuschauen, auch mal wieder etwas zu suchen, was auf den ersten Blick nicht zu entdecken ist. Es dann auch noch zu finden, das war überraschend wohltuend. Als ich dann im Nachhinein nochmal an unsere kleine Fotorallye gedacht habe, habe ich mich gefragt, Worauf lege ich eigentlich gerade meinen Blick in meinem Leben? Auf welche meiner Gedanken lege ich den Fokus? Und was könnte ich in mir mal wieder suchen, was sonst aus dem Blick geraten ist? Ich merke, das, was mir in den Sinn kommt, hat zwei Seiten. Da sind auf der einen Seite viele unschöne Gedanken. So als ob sich kleine Monster in mein Denken einschleichen und Ängste und Sorgen hervorholen. Was ist, wenn noch alles viel schlimmer kommt als jetzt? Was ist, wenn meine Lieben wirklich krank werden? Was ist, wenn wir noch viel länger auf Distanz zu unseren Mitmenschen gehen müssen? All das treibt mich dann um. Doch auf der anderen Seite entdecke ich auch viel Positives und ganz viel Zuversichtliches in mir. Da sind dann vor allem Gedanken an meine Glaubenserfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Und ich habe gespürt, ja, Gott ist da. Und er trägt mich auch durch die schlimmen Zeiten, selbst wenn ich das in dem Moment nicht erhoffe. Gott ist da, komme, was wolle. Das ist die Erfahrung, die tief in mir steckt. Jesus selber hat einmal gesagt, ich bin der gute Hirte. Und ich kenne die meinen und ich lasse sogar mein Leben für sie. Was für ein Vertrauen, was für ein Hirtenfrieden, den Gott selbst da in mich hineingelegt hat. Darauf möchte ich den Fokus legen. Ihn möchte ich suchen und finden. Schaut doch auch mal in euch hinein. Welche Ressourcen stecken in euch, die ihr vielleicht in der letzten Zeit auch etwas außer Acht gelassen habt? Welche Ressource hat auch Gott in euch hineingelegt? Mir hilft in der letzten Zeit ein schönes Lied. Da heißt es, sei still mein Herz, sei still und vertrau auf deinen Gott, der deine Wunden kennt, sie verbindet und heilt, der deine Monster zähmt und sie für dich vertreibt. Ich habe mit Tobi das Lied aufgenommen. Vielleicht hört ihr gleich einmal rein. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt behütet. Mit Tobi Untertitelung des ZDF, 2020